Olaf Berger, meine sehr verehrten Damen und Herren, ein herzliches Dankeschön vom erfahrenen Sänger jetzt zum Nachwuchs. Nico ist der Sohn von Fritz Christofferitsch von den Edelsehern. Und er möchte auch ein wenig in die Fußstapfen seines Vaters treten, wenn er auch seinen eigenen Weg gehen will als Sänger. Dafür hat er jetzt eine bezaubernde Duettspartnerin gefunden. Sie heißt Lisa und stammt aus dem Burgenland, das ist ganz im Osten Österreichs. Kennengelernt haben sich die beiden über soziale Netzwerke im Internet. Als der Nico dann erfahren hat, dass die Lisa auch gerne singt, hat er sich gleich gefragt, möchtest du nicht mit mir ein Duett aufnehmen? Sie war einverstanden und herausgekommen ist dabei, wir halten zum. Ein schönes Lied. Es geht ums Zusammenhalten, um einander Halt geben. In guten, aber auch in weniger guten Zeiten. Ist das nicht ein Gedanke, den auch wir immer wieder bedenken sollten? Und er klingt auch schön. In ihrem Lied. Hier sind Nico und Lisa. Manches Mal, du geht's mir nicht so gut. Und manches Mal, du brauch' ich bin zum Regen. Manches Mal, du bin ich ganz weit fort. Mh, doch nehm, ich steh' ich ganz allein im Regen. Mh, ihr seid für mich, der Fößen gibt's mal heut. Mh, so wie die Wurzeln von einem Pahn, dass er nicht freut. Mh, so wie die Wurzeln von einem Pahn, der Fößen gibt's nicht so gut. Mh, so wie die Wurzeln von einem Pahn, der Fößen gibt's nicht so gut. Mh, so wie die Wurzeln von einem Pahn, der Fößen gibt's nicht so gut. Wir heuten zusammen, in guten wie in schlechten Zeiten. Wir heuten zusammen, egal wo's auch passiert. Wir heuten zusammen, alle mal manchmal streiten. Bei uns daheim wird keiner ignoriert. Wir heuten zusammen, wir heuten zusammen. Wir heuten zusammen, in guten wie in schlechten Zeiten. Wir heuten zusammen, in guten wie in schlechten Zeiten. Wir heuten zusammen, egal wo's auch passiert. Wir heuten zusammen, in guten wie in schlechten Zeiten. Wir heuten zusammen, wir heuten zusammen. Wir heuten zusammen, einkommen. Niko und Lisa, erstmals beim Musi Open Air. Wunderschön, schönes Lied. Lisa, wie war denn das? Ihr habt euch übers Internet kennengelernt. Oder vielmehr ist da die Vereinbarung über das Lied gekommen. Hat er dich so angeschrieben? Hat er dich schon gekannt? Wart ihr eh schon eine Familie, wie ihr gesungen habt? Niko hat mir per Facebook geschrieben, ob ich mit ihm ein Duett aufnehmen möchte. Und ich hab dann einfach ja gesagt. Also, gekannt haben wir uns schon vorher. Aber halt noch nicht persönlich. Hat er dir gleich gefallen, oder? Ja. Schon? Naja. Also, er hat mir gesagt, du gefällst ihm schon. Naja. Beim Singen. Also wunderbar. Niko, wie war das? Zuerst Internet, dann gemeinsames Lied. Gibt's schon neue Projekte? Neue Lieder? Ja, wir haben feurigen Freitag eine neue Single rausgebracht. Schon ein Zufall. Genau jetzt. Ja, wirklich. Die den neuen Namen trägt. Barfuß durch den Sommerflieren. Und wir zwei sind eigentlich so dankbar. Erstens, dass wir einmal das erste Mal bei Wendy Musi spielt, Sommeropen, eher dabei sind. Und dass die Nummer auf YouTube über 27.000 Aufrufe hat. Das ist ja gewaltig. Also, danke an euch. Danke. Ja, Gratulation. Wunderbar. Wir wünschen euch alles, alles Gute auf eurem Weg. Und würden uns freuen, wenn wir uns vielleicht wieder mal wiedersehen. Auf jeden Fall werden wir euren musikalischen Weg weiter beobachten. Danke vielmals euch beiden. Danke. Der Nico aus der Steiermark, die Lisa aus dem Burgenland. Und unser nächster Gast, der kommt aus Kärnten. Allerdings, der Titel heißt Kebella. Sie wissen, was kommt. Italienisches Sommerflair. Hier mitten in den Bergen. Wir sagen herzlich willkommen Udo Wendes.